Ich wollte mich mit meiner Trommel eigentlich draußen sonnen, aber wir wurden vom Schnee überrascht. Deswegen sind wir wieder zurück ins Haus und wie es in Worten begrüße ich euch zurück zu einem neuen Video von Silo785 rührt in der Werbetrommel. Heute hat es mich auf einen Kanal von einem guten alten Kollegen verschlagen, nämlich vom Benden alias Bendenzockt alias Puber alias BendenLP89. Ja, ich habe mir alle Namen gemerkt, weil ich cool bin und deswegen darf ich auch dieses Video machen. Hast du jetzt davon Benden. Naja, dann kommen wir doch mal so ein bisschen, das, was wir zuerst sehen, schwarz. Ja, schwarz geht immer, schwarz kann man immer tragen, ob jemand ins Gras beißt, jemand da ist, wenn irgendwo hingeht, schwarz geht immer. Macht jedem jedenfalls nicht so Augenkrips wie so das Grelle Weiß, das YouTube meistens verwendet, wenn man dann irgendwie ein bisschen zum Fenster rausgesehen hat oder kein Licht im Zimmer hat. Augenlicht weg. Aber naja, ich habe da nichts dagegen, das wäre auch nicht so schlimm. Es geht ja hier eigentlich um die Videos und nicht um den Kanalhintergrund. Dann kommen wir ein bisschen zu der Person vom Herrn Benden. Ja, also ich empfinde ihn jetzt in seinen neueren Videos als etwas ruhiger, als etwas gesetzt. Ich mache jetzt hier keinen Bezug zu früher, da ich jetzt nur die jetzige Lage die Tour hier vorstellen tue, genau. Und zu früher kann man einfach sagen, er war halt noch ein bisschen aggressiver drauf, wenn er mit Mario spielen musste. Aber das ist nicht schlimm, das interessiert niemanden jedenfalls. Jetzt ist er sehr ruhig, kommentiert gut. Vielleicht würde ich empfehlen, ab und an vielleicht das Mikro noch ein bisschen lauter zu machen, dass ich noch ein bisschen besser wäre. Aber man hört sich schon jetzt super gut. Egal. Ja, etwas ruhiger, habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Redet über verschiedene Sachen, währenddem er zockt. Also das ist fair, die wahrscheinlich nicht bei allem finden. Jedenfalls redet er so ein bisschen über allgemeine Themen, die die Welt bewegen, über die Gesellschaft, über wie sich etwas entwickelt hat und, und, und. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen das. Er ist auch nicht irgendwie aggressiv drauf, aber wirklich ein ruhiger, netter Kerl, angenehme Singstimme und hat auch manchmal Situationscomic drin, obwohl ich merke, dass er hier eigentlich nicht so auf, auf, wie soll ich sagen, er sucht es nicht so. Ich mache es wirklich so rein, ich sehe jetzt gerade den Moment so rein, so ein bisschen informativ, eben diese, wie er da zu 100% sagt, dass vielleicht ein paar Leute da bei den Projekten dann, komme ich dann drauf zu sprechen, und dass die dann da auch irgendwelche Sachen sehen und die vielleicht dann auch nachmachen können. Das ist eigentlich das, der Kanal könnte euch gefallen, wenn ihr gerne, wie schon in der Beschreibung, eher gerne Oldschool-Spiele mögt, also wirklich so N64, NAS, ich weiß nicht, ob er das SNES auch dran nimmt, ich weiß es nicht. Und, ja, einfach wirklich Retro-Spiele müsst ihr mögen, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, sind etwas neuere Spiele, aber da ist ja noch ein junger Kanal, das kann ja alles noch werden. Es muss euch auch gefallen, wenn ihr einen Typ habt, der nicht direkt über das Spiel redet, sondern eher so ein bisschen allgemeine Themen noch mit reinnimmt, so ein bisschen zu seinen Erfahrungen erzählt und vielleicht auch fragt, was habt ihr für Erfahrungen und, und, und. Angenehme Singstimme natürlich und das ist super. Ihr könnt euch nicht gefallen, wenn ihr nur den neuesten Scheiß sehen wollt, wie The Far Cry oder nur das, sorry, ich habe ins Mikro geblasen. Und, ja, das werdet ihr hier sicher nicht finden. Wenn ihr Retro nicht mögen, wenn ich sage, ich kriege Augenkrebs, wenn ich mir das ansehe, und, ja, muss jeder für sich selbst wissen, ähm, wenn ihr einen sucht, der wirklich am Rumbrillen ist und Spiele beleidigt oder was weiß ich, soll es geben, soll Leute geben, die das gerne sehen, werdet ihr hier sicher auch nicht finden. Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen zu den Projekten vom Herrn Benden, dann gehen wir mal auf die Playlist. Okay, das Projekt, das er jetzt gerade gestartet hat, ist Donkey Kong Country zu 100%. Ich glaube einfach, das ist so, die gehören so zusammen, dieses Spiel, äh, der Benden und Donkey Kong Country. Super Spiel, guckt es euch an, er macht auch einen 100% Run, oder ich glaube 101%, dass ihr einmal vielleicht auch noch seht, ey, wie kann ich das machen. Und, ja, und das ist halt wirklich lustig, könnt ihr euch wirklich reinziehen, dann macht das wirklich sehr gut. Äh, Aufsteht auf anderen Kanälen muss ich nicht erklären, das ist einfach, wenn er vorgestellt wird oder wo er dabei war, könnt ihr euch selbst anschauen. Dann hat er Super Mario World Hacks hier, wirklich sehr interessant, also kleinere Hacks oder aus vor der Seite oder auch von Privatleuten, echt lustig zum Schauen, was die Leute so mit Hacks alles auf die Beine stellen können, unbedingt anschauen. Dann muss ich sagen, Super Mario 64 und der Benden gehören einfach zusammen, auf seinem vorderen Kanal hatte er auch Kaiso Mario und Super Mario 74 gezockt. Und, das war wirklich der Hammer, für mich ist er wirklich so, die Mario und er, obwohl er damals immer gesagt hat, ich hasse Mario, ähm, passen sie doch irgendwie gut zusammen. Also sie gehören einfach für mich irgendwie zusammen, deswegen ist das schön, auch hier wieder zuschauen zu können. Und, Entschuldigung, also einfach wirklich, guckt es euch an, super. Zelda A Link to the Past. Ihr wisst, wie ich Zelda mag? Nee, ich sag nichts mehr dazu, weil ihr habt sicher schon drauf gewartet, als ich das gesehen habe, dass ich die Projekte eingeblendet habe. Oh, jetzt kommt er dann gleich zu Zelda und mal schön, was er dazu sagt. Ich hasse Zelda, da kann auch der Benden nichts dran ändern, deswegen habe ich es nicht angesehen. Tut mir leid, Benden, da kannst du nichts dafür, das ist das Spiel. Und ja, das wird von mir getrost ignoriert, aber wer Zelda mag, kann sich das ansehen. Ähm, ja, dann war's das eigentlich. Abschließend kann ich nur sagen, geht auf seinen Kanal, gebt ihm einen Kommentar, schaut euch seine Videos an, dann abonniert ihn bitte erst, wenn ihr wirklich jedes Video sehen möchtet. Und es gibt ihm halt so Feedback und Anregungen. Dann kann ich nur noch sagen, Benden, es ist schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder an den Lebenden waltst, weil zu viel Real Life ist nicht gut. Danke noch für die Verlinkung. Dann wünsche ich dir noch alles Gute. Euch wünsche ich viel Spaß mit seinen Videos, mit meinen Videos. Und vielleicht bist du, ja du, weil ich dich duzen kann, obwohl ich dich gar nicht sehe, weil ich cool bin. Vielleicht bist du der Nächste, der hier vorgestellt wird, in der Rubrik, die sich schimpft. Silo, sie macht fünf, rührt in der Werbetrommel. Und dann sage ich, bis, ich bin draußen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.